Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben wieder ein neues Voice-Over für euch und zwar ganz frisch reingekommen ist dieses White Boxing Video von der Drake Interplanetary Caterpillar. Die Caterpillar ist jetzt aktuell in der White Box, sie ist es schon eine ganze Weile. Wir hatten nämlich schon mal ein Video von dieser White Boxing Phase für euch, auch als Voice-Over. Damals saß Jared Huckabee zusammen mit dem Entwickler Randy Vasquez. Heute sitzt Seelix Renew neben ihm, das ist der Technical Designer, der sich jetzt um einen bestimmten und speziellen Teil der White Boxing Phase der Caterpillar kümmert. Die White Boxing Phase ist hier auch aufgeteilt, wie uns Seelix gleich erklären wird, in mehrere Teile. Das bedeutet, wir haben einmal die Arbeit, die zum Vorher Randy Vasquez geleistet hat. Dies bezog sich vor allem darum, welchen Platz wird die Caterpillar später im Spiel einnehmen. Wo hat sie ihre Rolle, wo fängt sie an, ihre Rolle auch ausleben zu können. Das bedeutet, welche Module wird es geben, wie modular wird das Schiff sein. All das hat Randy Vasquez, dafür hat er die Grundlage gelegt. Jetzt, in dieser White Boxing Phase, wird sich darum eher gekümmert, wie fühlt es sich an, in dem Schiff zu sein. Wie fühlt es sich an, dort herumzulaufen, sich wirklich umzuschauen. Dann hat man überall den richtigen Überblick. Es geht also um etwas detailreichere Arbeit, die jetzt nicht mehr mit der großen globalen Rolle des Schiffes zu tun hat, sondern tatsächlich mit dem aktuellen Gameplay-Erlebnis. Und da wurde viel experimentiert. Es wurde auch viel verändert. An einigen Stellen wurden tatsächlich größere Veränderungen auch übernommen. Werden wir auch später nochmal sehen. Und es wurden eben ganz, ganz viele Dinge schon eingebaut, die im Grunde genommen die Basis liefern, damit die Designer dann das Schiff auch wirklich in den Hangar bringen können. Jared Huckabee hat dazu erzählt, dass es eben sehr wichtig ist, in diesem Prozess immer weiter in alle Richtungen zu gucken, eben immer weiter selbst erlebbar zu machen, wie wird sich der Spieler darin später fühlen. Wie findet er die Terminals angebracht? Ist das alles sinnvoll? Hat man den eben an der richtigen Stelle, den richtigen Überblick? Und dafür ist eben jetzt diese White Boxing-Phase da und hebt sich eben entsprechend auch von dem ab, was zuvor eben von Randy Veskis Arbeit gemacht wurde. Ja, dementsprechend werden sie uns das Schiff jetzt vorstellen und einen kleinen Walkthrough machen. Die Caterpillar sehen jetzt super gut hier. Ich meine, die Fidelity in diesem ist einfach... Ja, das ist, was PC-Gaming ermöglicht. Beginnen wir also unsere Reise in die Caterpillar. Und dazu muss man als allererstes sagen, dass sich beide jetzt Hosts dieser Show gerade darüber lustig machen, wie unglaublich detailreich das Ganze jetzt hier aussieht in dieser White Box-Phase in der Engine. Da muss man eben dazu sagen, dass es eben wirklich sich um eine White Box handelt. Das heißt, es handelt sich tatsächlich wirklich um den groben Aufbau. Aber der Designer wechselt jetzt tatsächlich sozusagen in die First-Person-Perspektive. Das heißt, er stellt sich jetzt so hin, wie er sich auch als Charakter verhalten würde, läuft durch das Schiff durch und kann so auf jeden Fall das gesamte Feeling des Schiffs schon mal testen. Er sagt dabei, dass sie sich gerade aktuell nur um die Cargo-Module, also tatsächlich die Transportmodule, kümmern. Die Caterpillar wird jetzt sehr, sehr viele verschiedene Module haben mit unterschiedlichen Ausstattungen. Aber hier zeigen wir an den Beispielen, wie fühlen sich die reinen Cargo-Module an, wenn sie zum Beispiel komplett voll sind, wie das hier, oder eben leer, wie das davor gewesen ist. Also da kann man schon mal sehen, wie wird sich das Ganze so zeigen. Gleichzeitig fragt Jared Huckabee dann, ob es sich bei einem so einem Würfel oder Quader, was es ist, um ein SCU handelt und das wird also bejaht. Ja, also das ist genau ein SCU, der hier angezeigt wird, übereinander gestapelt eben. Und dann rätseln sie ein bisschen, weil sie die genaue Gesamtzahl der SCU nicht aus dem Kopf hinkriegen, wie viel da jetzt genau reinpassen. Der Designer sagt dann, er erinnert sich grob daran, dass 90 bis 120 SCU da reinpassen sollten. Damit meint er höchstwahrscheinlich, er sagt es nicht explizit, aber ich gehe davon aus, dass er damit meint pro Modul, denn laut Statspage hätte die Caterpillar als Cargo-Capacity 512 SCU. Würde in etwa hinkommen, wenn jedes davon etwa 100 bis 120 nimmt. Gut, er hat uns jetzt die Hangartüren gezeigt, die zur Seite aufgehen. Das heißt, die Türen der Module lassen sich eben zur Seite öffnen, um das Schiff beladen zu können. Und gleichzeitig, wer das alte Video kennt, dem wird aufgefallen sein, dass der Gang durch die Module jetzt oben an der Backbordseite des Schiffes ist. Das heißt, er ist nicht mehr zentral in der Mitte, sozusagen zentriert durch die Module hindurchführt, sondern er ist jetzt an eine Seite gewandert. Das ist mehr auch dem Design von Drake und insgesamt dem Design der Caterpillar zugesprochen. Das heißt, etwas asymmetrisch. Und die Steuerung, die jetzt hier auch an einem Mockup-Terminal sozusagen gezeigt wurde, die wird sich dadurch etwas vereinfachen lassen. Das heißt, hier wird man eben gut die Möglichkeit haben, den ganzen Raum zu überwachen. Und Schluss und letztendlich zeigt er dann sogar, dass es möglich ist, beide Seiten der Module zu öffnen. Das heißt, beide Türen können wegfahren. Das heißt, man kann durch die Module tatsächlich durchlaufen, einmal quer und kann gleichzeitig aber einen guten Überblick in diesem Catwalk bewahren und über die Terminals, die sie jetzt schon anbringen, dann eben simulieren, wie man später zum Beispiel den Traktorstrahl steuert, der da auch jedem Modul einzeln verbaut ist. Dazu kann man eben auch sagen, dass sie jetzt eben diese Terminals schon einsetzen, um eben das Gefühl, das erste Gefühl dafür zu kriegen, wo muss ein Terminal hin, damit es einen Spielerwunsch tatsächlich auch beantwortet und befriedigt, dass er jetzt sagt, von hier möchte ich diese Information über diesen und diesen Teil des Schiffes haben. Und dafür arbeiten sie schon sehr stark daran, eben diese Terminals schon einzusetzen. Und zumindest als frühe Mockups sozusagen schon in der Whitebox-Phase festzulegen, damit die Designer später es einfacher haben. Er geht jetzt von dort aus zum Bug der Caterpillar, also durch die Module einzeln hindurch. Übrigens, jedes wird ein entsprechendes Kontrollterminal haben, also so wie das eine da auch testweise angebracht hat, wurde es auch bei den anderen Modulen, ist eben der Fall, dass man hier sagt, hier bekommt jedes ein einzelnes Terminal. Die Türen sind doppelt, das hat er auch dazu gesagt, denn jedes Modul ist einzeln abkoppelbar und eben auch einzeln dann unter Umständen das letzte oder erste Modul entsprechend. Ja, die Komponenten in den Modulen, die sind in der Decke angebracht. Das zeigt er hier an der Stelle, wo er uns eben oben oberhalb zeigt, wie die Komponenten dann aus der Decke herausfahren und eben zum Beispiel für eine Reparatur dann angewählt werden können. Die sind also sehr klug und auch versteckt angebracht, damit man eben auch gut rankommt, zumindest vom oberen Teil. Im Frontmodul, also ganz, ganz vorne in der Caterbillard, da im Buch ist ein Zugang zu einem Kanonenturm, der da mit diesem Sitz angedeutet ist und er zeigt uns jetzt den unteren Teil, wo eben ein kleiner Zugang ist und außerdem eben man schon sieht, dass es hier ein sehr, sehr multifunktionaler Raum ist. Er sagt auch an der Stelle, er kann nicht viel darüber verraten, was hier sich für unterschiedliche Zwecke auch in diesen Raum reinbauen lassen. Er sagt, man sieht ein Terminal oben noch einmal, einen Bildschirm, der Ihnen den Status des Raumes aktuell anzeigt. Außerdem eben die Möglichkeit schon mal als Mockup, wie sich Fracht und Frachtcontainer dort drin auch anfühlen würden und aussehen würden. Und ansonsten eben die Fronttüren und das alles eben ansteuerbar über das kleine Kontrollzentrum, wo wir auch den Turmzugang eben gesehen haben. Das heißt, hier an der Backboardseite eben geht man hinein, durch eine Glasschreibe kann man in den Raum gucken und hat tatsächlich mehrere Kontrollen. Das heißt, einmal sieht man die Türen, die man sich öffnen lassen kann. Er sagt ganz explizit dazu, das ist noch eine veraltete Animation. Die Türen werden sich in nächster Zeit anders verhalten und sie werden anders sich öffnen. Das ist ein sehr, sehr frühes Konzept, ein experimentelles Konzept und es sieht inzwischen schon komplett anders aus. Also da sollte man sich nicht darauf verlassen. Genauso gibt es sehr, sehr viel, was auch noch nicht vollständig abgestimmt ist mit der inzwischen fortgeschrittenen Konzeptarbeit. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist tatsächlich schon etwas älter als das, was aktuell schon entwickelt wird. Ja, dann sieht man aber hier, dass er zumindest an dem Terminal kontrollieren kann, dass er ein Atmosphärenschild einschalten kann. Und dazu gibt es jetzt einen kleinen Bildschirm, denn das Experiment, was er uns eigentlich zeigen will, das funktioniert in dem großen Bild nicht, sondern wurde später hinzugefügt, oben links in der Ecke. Da sieht man nämlich tatsächlich, dass wenn er die Cargo-Container entriegelt und dann das Atmosphärenschild ausschaltet und die Tür öffnet, dass sie dann hinausgeblasen werden, eben weil die Luft entweicht in das Vakuum. Und das sieht man hier an der Stelle schon ganz gut. Haben sie extra nochmal nachgefilmt, weil es direkt bei der Aufnahme von den beiden wohl nicht ganz funktioniert hat. Von hier aus gehen wir dann zurück nochmal und schauen uns eben den Rest an des Schiffes. Wir haben insbesondere eben jetzt die Cargo-Module gesehen und andere sind aber schon in der Entwicklung vorangeschritten. Von den Cargo-Modulen gehen wir jetzt weiter in das Innere beziehungsweise auch das Heck des Schiffes. Die wurden wie gesagt als erstes jetzt ausgewählt, weil sie relativ einfacher im Aufbau sind und von dort aus wird die Arbeit daran jetzt an den anderen Modularten, die die Cater-Paddler mitbringen wird, auch eben verfeinert können. Jetzt kann man schon sehen, dass hier später das Habitation-Deck, das heißt also tatsächlich, dass die Lebensquartiere der jeweiligen Besatzung sein werden. Dazu hat er den Live-Support gezeichnet, der dort auch fest dran ist. Und ansonsten sieht man auch die Schränke, die schon angedacht sind. Hier zum Beispiel einen Waffenschrank, der schon in seiner Funktion dort grob erhalten ist. Man sieht die Laderampe oder beziehungsweise die Zugriffs-Lift, der Elevator, der dort eingebaut wurde. Da hat er gesagt, da hat er selber persönlich viel Spaß gehabt, gerade wegen, um das Drake-Design dort mit diesem großen Roboterarm irgendwie mit einzubringen in das Schiff. Ich persönlich finde das ein bisschen gefährlich, diese offene Hydraulik dazu haben. Aber gut, das ist dann eben ein Designentscheid und wir werden sehen, ob es so bleibt. Ein bisschen geglitscht ist er dann durch die Engine hier in das untere Deck von diesem Heckmodul, also dem Heckteil. Und wir sehen hier direkt auch das Engineering-Deck von der Caterpillar mit den großen Mock-Ups für die jeweiligen Engines, also tatsächlich den Maschinenraum, das große Pult beziehungsweise auch tatsächlich das Terminal, um eben den Maschinenraum komplett von hier aus kontrollieren zu können, ist auch schon angedeutet. Und man sieht eben, wie das alles ungefähr, wie viel Platz das einnehmen wird. Großer Fan, sagt er, ist er von diesem armen, ja quasi fast zurückgelassenen Turm. Das ist ein Verteidigungsturm, der hier angedeutet ist ohne Boden noch und der eben tatsächlich mitten im Engineering relativ weit ab von allem anderen ist. Ja, und an dem Terminal zeigt er uns jetzt gleich, wie er schon die Interaktion mit den Terminals vordesignt. Dafür geht er aber aus dem Engineering-Deck selbst raus, sondern geht tatsächlich über einen Verbindungsweg zum Kommandomodul. Und dort kann er das nämlich schon sehr, sehr gut demonstrieren, wie jetzt bereits in einer frühen White-Boxing-Phase dort an den Terminals gearbeitet wird. Das heißt, er baut sich jetzt schon ein Modell, wie die Interaktion von der Crew und den Spielern natürlich dementsprechend mit dem Terminal aussehen soll. Dafür hat er sich einen ganz genauen Plan gemacht und er hat sich wirklich sehr genau angeguckt, wie sieht eigentlich das Sichtfeld aus von einem Spieler, der davor steht. Er möchte nämlich, dass der Cursor, so wie er es andeutet, eben ab einer gewissen Entfernung immer auch auf dem Terminal bleibt, sodass man eben wirklich, wenn man näher rangeht, den Cursor hat und sich umgucken kann. Wenn man aber weiter weg ist, ist der Cursor verschwunden und man sieht nur, was auf dem jeweiligen Terminal oder eben auch dem Bildschirm steht. Da steckt eine Menge Arbeit drin, dass es so intuitiv wirkt, dass man auch aus verschiedensten Winkeln eben tatsächlich so gut das Terminal ansteuern kann, dann im Endeffekt, dass man keinen Nachteil dadurch hat oder gar auf einem festen Winkel zur Ansicht des Terminals festgelegt ist. Sondern es wirklich sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr, ja, sich gut einfügend in die Gesamtumgebung und eben auch dadurch ein sehr realitätsnahes oder sagen wir tatsächlich vor allem immersives Spielerlebnis zu haben. Egal, ob man näher dran steht, kann man trotzdem gut mit dem Cursor das jeweilige Terminal ansteuern. Und das war tatsächlich eine Hauptaufgabe, die jetzt auch hier in der White Boxing-Phase schon auf ihn zugekommen ist. Um das eben auch als Spielprinzip für alle zukünftigen Phasen im White Boxing eben festzulegen. Tatsächlich zeigt er uns sogar einige Funktionen schon, die so angedacht sind. Man sieht zum Beispiel hier die Übersicht über die Caterpillar oder eben tatsächlich sogar das Schreiben von Nachrichten. Alles natürlich noch sehr früh als einfaches Mockup. Aber das ist eben eine seiner Hauptaufgaben, dass er sagt, es soll sich eben gut insgesamt in das Gefühl, auch was der Spieler in dem Schiff später haben soll, einfügen. Und dafür eignet sich diese White Box hervorragend. Er kann an dieser Stelle auch nochmal den Rest des Kommandomodules erzählen. Und tatsächlich hat sich das auch zu einer früheren Phase der White Box-Umgebung von der Caterpillar verändert. Sie haben tatsächlich auf der einen Seite erstmal den tatsächlichen Cockpit-Teil, also den, der für die Schiffssteuerung verantwortlich ist, etwas auch erhöht. Das heißt, jetzt hat man einen besseren Überblick. Man kann also tatsächlich auch bis zum Bug des Schiffes gut gucken. Wird natürlich immer durch die Asymmetrie eine gewisse Einschränkung auf der Steuerbordseite haben. Da sieht man nicht unbedingt sehr, sehr gut. Und außerdem muss man eben wissen, dass man nicht im Massezentrum des Schiffes sitzt. Das heißt, nicht dort, wo der Schwerpunkt eigentlich liegt. Und dementsprechend lässt es sich unter Umständen manchmal etwas anspruchsvoller steuern. Einen Verteidigungsturm gibt es, der auch schon als Mock-Up angebaut ist. Zwei zusätzliche Plätze für weitere Offiziere sind dort drin, wie zum Beispiel Tactical oder Communications. Und was tatsächlich auch sich jetzt herausstellt, ist, es ist wieder ein zweistöckiges Kommandomodul. Das bedeutet, hier haben wir jetzt wieder zwei Stockwerke. In der letzten Whitebox war es nur noch einstöckig. Das war ein zwischendurch durchgeführtes Experiment. Hier haben wir jetzt aber wieder ein komplettes Habitatsmodul. Das hat die Community auch so gewollt und ganz viel als Feedback gegeben. Das heißt, hier haben wir Betten. Wir haben Duschen, die er gezeigt hat. Wir haben im Endeffekt alles, was man in einem abgekoppelten Modul braucht. Sogar einen kleinen eigenen Engineering-Bereich, der dann eben auch wichtig wird, wenn das Modul alleine unterwegs ist, was durchaus vorkommen kann, wo man dann eben auch die jeweiligen Engines auch reparieren kann, wenn es nötig wird. Und damit hat man eben tatsächlich eine eigene kleine Sektion, die halt völlig autark von der restlichen Caterpillar agieren kann. In dem großen Screen zeigt er dann nochmal einen kleinen weiteren Eye-Catcher, könnte man so sagen. Also das heißt, ein kleines Feature, was er jetzt uns demonstriert. Und zwar, wie er jetzt in der Whitebox schon ausprobiert, wie man auch Positionen von anderen Crewmitgliedern im Schiff anzeigen kann. Was man jetzt auf dem Bild sieht, ist tatsächlich, dass er sich als Charakter bewegt. Die Kamera ist fixiert auf dem Bildschirm, aber er als Figur wird angezeigt und bewegt sich durch die Gänge. Und das wird man eben auch später bei den Schiffen so sehen können, dass man wirklich dann einzelne Crewmitglieder anzeigen lassen kann, wo befindet sich die Crew gerade. Und er kann tatsächlich von diesem Terminal schon die, tatsächlich die einzelnen Luken ansteuern. Das heißt, auch das ist schon möglich. Er kann also wirklich hier nicht nur die großen Shots, sondern auch wirklich zwischen den einzelnen Sektionen hier die Türen schließen, von außen hier, von hier aus gesteuert. Das alles ist ein Teil von der Mechanik, die hier ausprobiert wird, damit man eben auch an der richtigen Stelle die richtige Kontrolle über den richtigen Teil des Schiffs hat. Und während er jetzt nochmal an die Steuerbordseite geht, zeigt er uns dort das Mockup quasi. Das heißt, die erste Implementierung von einem gedachten Traktorstrahl. Der wird also an der Seite sein. Hinten im Hintergrund sieht man übrigens die Kisten rumfliegen aus dem, sagen wir mal, Atmosphäre-Experiment von vorne, das dann irgendwann doch geklappt hat. Ja, zurück zu dem Traktorstrahl kann man hier eben sagen, hier zeigt er uns, wie ein Traktorstrahl in Zukunft verortet werden kann. Das heißt, dass man wirklich von hier aus den Überblick hat, um Gegenstände, Salvage-Objekte oder was auch immer man greifen will, eben sich mit dem Traktorstrahl zu schnappen und so vor die jeweiligen Module zu legen, dass dann der interne Traktorstrahl des Moduls das wiederum erfassen kann, übernehmen kann und eben in den jeweiligen Laderaum reinziehen kann. Das ist hier sozusagen ein Teil, das schon mal zu demonstrieren, wie das sich ungefähr anfühlen wird. Er sagt dazu auch, dieses Ding verschwindet leider nicht mehr, wenn man es einmal angewählt hat. Das ist ein kleines Problem. Und Jared Huckabee witzelt dazu nur, dass er sagt, das ist halt Early Development. Hier zeigen wir Sachen, die nicht schön aussehen, sondern wo nur ihr als Community alle ein Gefühl dafür kriegen sollt, wie es weitergeht und wie das Schiff sich dann ungefähr anfühlt. Im hinteren Teil befinden sich dann auch noch die Server und das Power Plant. Im oberen Teil des Engineering Decks, also hier sieht man die Avionics stehen und eben auf der anderen Seite sind ein paar Power Plants anzusehen, alles als reines Mockup. Und der obere Teil eben des wirklichen Engineering Decks, das heißt des Maschinenraums, den sieht man hier eben auch nochmal mit der Andeutung der großen Jump Drives, die dort verbaut werden und die die Caterpillar dann auf diese Art und Weise eben durch die Jump Points navigieren sollen. Ja, das alles ist jetzt erstmal der grobe Überblick über die Caterpillar an sich. Wir haben sehr, sehr viel Neues erfahren und sind auch sehr, sehr gespannt, wie es hier an dieser Stelle jetzt weitergehen wird mit dem Schiff. Insbesondere die nächste Designphase wird dann sehr interessant, wenn es alles noch etwas detaillierter wird. Wenn es vom groben Übersicht dann eben zu einem sehr, sehr genauen Bild geben wird, was dann auch tatsächlich als Grey Boxing Design Aspekt mit eingefügt wird. Die Caterpillar an sich entwickelt sich sehr, sehr gut. Nach Meinung von allen ist sie ein sehr, sehr spannendes Schiff für viele, viele mögliche Operationen ausgerüstet und kann auch so den Spielern sehr viel Spaß bringen, wenn sie sich nicht von Anfang an auf eine Rolle festlegen wollen, sondern eben sagen, dass sie ein modulares Schiff benötigen, womit man eben mit einer kleinen bis mittleren Crew viele, viele verschiedene Aufgaben erledigen kann. In diesem Sinne, ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Das war unser Voice-Over für die Drake Interplanetary Caterpillar. Hier in der White Boxing-Phase eine White Box-Update. Wir bleiben natürlich dran und werden für euch selbstverständlich berichten, sobald es da auch eine Neuigkeit gibt oder wenn es ein anderes Ship Shape gibt, was wir für euch übersetzen können. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt und ich verabschiede mich für euch. Bis zum nächsten Mal mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.